Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben uns sehr viel Mühe gegeben, die Veranstaltung von den grauen Novembertagen in den Juni zu verschieben. Und was ist das für ein Tag? Hier scheint die Sonne draußen und drinnen bei einem Unternehmen, das sich die Nachhaltigkeit und die Förderung einer nachhaltigen Lebensweise auf die Fahnen geschrieben hat. Ich komme da gleich nochmal drauf zurück, Sie verknüpfen das Leben mit Nachhaltigkeit. Das machen nicht alle, eigentlich wenige. Ich fange mal damit an, was ich überhaupt gar nicht gedacht habe, was ich heute so sagen würde. Ich bin ein großer Freund der Synchronicitätstheorie von Wolfgang Pauli, die also auch von C.G. Jung übernommen wurde als Tiefenpsychologe, dass es Abläufe gibt, die sind nicht kausal begründbar. Die laufen auch nicht kausal ab, sondern die sind sinngesteuert. Also, was meine ich damit? Heute Morgen stellte ich fest, dass ich die wunderbare Skulptur, die ich Ihnen überreichen wollte, die Geist- und Matthäusskulptur von Günter Steinmann vergessen habe. Kausal war das einfach meine Vergesslichkeit. Sinn gesteuert nach Pauli war einfach völlig klar, du musst wiederkommen, die Skulptur mitbringen und nochmal in diesem schönen Environment mit mehr Zeit verweilen. Ja, und als ich mich dann anziehen wollte, stellte ich fest, dass ich meinen Schlips vergessen habe. Herr Koch weiß, dass ich bei diesen Veranstaltungen immer den GDCH-Schlips anhabe. Er ist grün und hat das Periodensystem da drauf. Und ich habe gedacht, das ist super für Werner und Merz grün, das passt. Vergessen. Also, was habe ich gemacht? Ich habe dann überlegt, wo ist hier die Innenstadt? Ich bin in einen Laden gegangen und habe mir einen Schlips gekauft. Und der Schlips hat Pflanzen und Blumen und sind einheimische Rohstoffe für Tenside für Sie. Kausal, Vergesslichkeit. Sinn gesteuert, das Symbol für Nachhaltigkeit, Tenside aus einheimischen Rohstoffen. Die Folge, ich kam mir ganz stolz an mit Schlips und stelle fest, ihr tragt gar keinen. Bis auf meine gleichaltrigen Kollegen, die hier sind. Der Christian Humburg, der hier Arzt ist in Mainz, sagte zu mir, als ich ihn eingeladen habe, ich muss mal gucken, ob ich einen Schlips habe. Das war schon so ein Vorzeichen, aber ihr habt gar keinen Schlips. Für mich hat es sofort bedeutet, als ich hier reinkam, du gehörst zur Old Economy. Das ist alles Young Economy. Nun, lass doch das mit dem Schlips mal bei den nächsten Veranstaltungen sein. Du bist mit dem Maia-Galo-Preis an der vordersten Front der jungen Leute, die hier Innovationen betreiben. Und ich muss Ihnen sagen, als ich das beschlossen habe, dass ich diese Stiftung einrichte, ich habe gar nicht gedacht, mit wie viel Glück man erfüllt ist. Wenn man in meinem Alter, nach so vielen Jahren, schon in der Freizeit als Privatier mit solchen Menschen zusammen sein kann, wie mit Ihnen und auch mit den Vorgängern von Ihnen, um dann zu erleben, was heißt heute Innovation. Und das geht Ihnen viel besser ohne Schlips. Weil wenn der Schlips angelegt ist, kann es sein, dass Ihnen die Geschäftsführung der Vorstand den Schlips zuzieht und die Mittel kürzt oder sagt, wir machen das gar nicht mehr weiter. Obwohl ich erlebt habe bei Kandidaten, dass die, obwohl oder gerade weil der Vorstand oder die Geschäftsführung gesagt hat, wir beenden das, heimlich weitergemacht haben. Da gibt es wirklich Beispiele, ich will es jetzt nicht nennen, von einem Produkt, das heute ein Blockbuster ist. Oder zwei fallen mir ein. Ja, und als ich dann den Schlips kaufen wollte, bin ich ins Parkhaus gefahren, hier an der Quintstraße und habe festgestellt, dass mit meinem 750er BMW ich da gar nicht richtig aufgehoben bin. Die Parklots sind so klein, dass ich nirgendwo reinpasste. Also bin ich da rumgefahren und habe einen Parkplatz gesucht, wo zwei Parkplätze frei waren und bin dann da mit meinem dicken Auto reingefahren. Dann habe ich den Schlips gekauft, kam zurück, hat natürlich eine neben mir geparkt. Also, kein Abstand. Abstand halten ist ja heute so ein Kredo. Ich kann Ihnen sagen, meine Damen und Herren, dieses Slogan Abstand halten ist für unsere Gesellschaft furchtbar. Aus Abstand entsteht nicht viel Gutes. Aus Nähe entsteht Kreativität. Warum? Also, das Kausal ist es das Parkhaus. Sinn gesteuert nach Pauli, musst du das Gegenteil tun, was du sonst tust, um die Situation zu lösen. Ich bin also auf der Beifahrerseite eingestiegen, da war ein bisschen mehr Platz und habe mich dann mühsam gerobbt mit meinem 1,90 auf den Fahrersitz. Meine Damen und Herren von den Kameras, Sie hätten dabei sein müssen, das wäre nämlich für die Filme das ideale Intro gewesen, wie der Stifter sich in einem Kraftakt durchgewunden hat, um dann letztendlich doch hierher zu kommen. Das wollte ich eigentlich gar nicht erzählen, aber ich bin eben immer doch auf der Suche nach Sinn. Und da hilft mir immer Wolfgang Pauli und das war heute so. Es ist ja schon zu einer Übung geworden, dass ich als Stifter zum Schluss dieser Veranstaltung immer versuche, Ihnen und anderen Impulse zu geben, wie können wir denn noch mehr Innovationen schaffen? Wie können wir mehr Ideen bekommen? Wie können wir Inspirationen bekommen, Intuitionen bekommen, Innovationen schaffen? Also ich könnte Ihnen jetzt 20 Nobelpreisträger zitieren, die sehr, sehr wunderbar gesagt und aufgeschrieben haben, dass die neue Erkenntnis, die zum Nobelpreis geführt hat, nicht aus dem Denken kam. Ich lasse es mal bei einem. Werner Heisenberg, Helgoland, Mitternacht, Gewitter, nicht denken. Und die Basics der Quantenphysik waren da. Das hat er sehr schön beschrieben. Ich werde nicht die anderen 19 aufzählen, aber Sie sehen daran, es gibt offensichtlich Räume, aus denen Ideen kommen, die wir gar nicht kennen, die wir sogar, wenn wir es versuchen, mit Denken zu lösen, durch unseren kleinen Denkraum, den wir uns geschaffen haben, einengen. Und Heisenberg, Heisenberg-Schüler Hans-Peter Dörr, Freund von mir, leider gestorben, den habe ich immer gefragt, was meint er damit und wie siehst du das denn, wo kommt das denn alles her mit den Ideen? Und er sagte, ja, wir Quantenphysiker haben eben die Erfahrung gemacht, dass es ein kooperatives Hintergrundfeld gibt, aus dem alle Realität kommt. Und dieses Hintergrundfeld hat eine Eigenschaft und die nennen wir Potentialität. Also aus diesem Feld wird immer wieder neu in Bruchteilen von Sekunden Realität kreiert, res das Ding, also alle Materie, Energie. Und er sagt, ja, wie geht das denn? Ja, das läuft immer, sagt er. Wenn du Glück hast, nimmst du das wahr. Wenn du kein Glück hast, nimmst du es nicht wahr. Und ich habe erst begriffen, was er meint, als ich mein Buch Leben im goldenen Wind ins Englisch übersetzt habe. Und da habe ich ihn zitiert mit dem kooperativen Hintergrundfeld und da habe ich gesagt, was ist das denn, das ist Englisch, Hans-Peter? Und dann hat er gesagt, ever-acting process. Ever-acting process. Das ist der Flow an Information, der ständig läuft aus dem Feld, von dem wir nur einen Bruchteil wahrnehmen, wenn wir versuchen zu denken, von dem wir mehr wahrnehmen, wenn wir nicht denken. Und es war so schön, ich frage ja die Preisträger immer, wann kam dir die Idee? Da habe ich sie auch gefragt und da haben sie gesagt, ich glaube, ich muss sie enttäuschen, die kommen bei mir beim Lesen. Sie wissen ja, ich bin auf der Suche nach transpersonalen Räumen. Ich würde aber behaupten, sie lesen zwar sehr viel und verknüpfen sehr viel, aber es macht manchmal Peng, ohne dass sie wissen, wo es herkommt. Und drei Preisträger haben mir gesagt, beim Duschen. Und weil dann einfach unser Denken ausgeschaltet wird, durch die Wärme und das Wasser. Es ist alles untersucht worden. Ich erzähle dir wirklich, was wissenschaftlich untersucht worden ist. Und dann fängt das limbische System der Thalamus an zu arbeiten. Und dann fließen Ideen. Und wenn dieser Flow an Informationen kommt, dann müssen wir einfach den Fächer aufmachen. Das heißt, wir müssen versuchen, in einen Zustand uns zu versetzen, des Nichtdenkens, wo die Idee zur Inspiration wird. Inspiration heißt ja Inspirare, einatmen. Es gibt so viele neue Ideen, die atmen wir gar nicht ein, dann sind die weg. Das heißt, die Voraussetzung für die Intuition ist die Einatmung der Idee. Daher kommt Inspiration. Und Intuition heißt ja Intuerei, sich nach innen wenden. Also die inspirierte Idee kann nur dann weiter gedeihen, wenn wir uns nach innen wenden und lassen sie wachsen. Und dann passiert das, was Sie mir erzählt haben, dann verknüpfen wir diese Erfahrung mit unserem Intellekt und mit unserer Ratio. Und da ist alles drin, was wir gewissen und gelernt haben. Und irgendwann machen wir daraus eine erfolgreiche Intuition. Mein jetziger Lehrer Thomas Campbell drückt das anders aus. Der ist Bewusstseinsforscher und Physiker. Er sagt, es gibt ein Bewusstseinsfeld, er nennt das larger consciousness system. Da sind alle Informationen drin von allem, was war, von allem, was jetzt ist, von allem, was sein wird. Das mag für Sie sich fremd anhören. Wir haben da immer Tests gemacht. Er hat hier eine Community in Deutschland von ungefähr 5000 Fans. Einer bin ich. Die Zukunftsinformation, die wir abrufen können, wenn wir in einem solchen Zustand sind, sieht so aus, dass Sie eine Information kriegen, dass das passieren könnte, die die größte Wahrscheinlichkeit hat, dass es passiert. Das muss nicht das sein, aber die größte Wahrscheinlichkeit. Und ich frage da auch wieder Thomas Campbell, wie geht das? Und wir müssen einfach, das haben wir eben auch in vielen anderen wissenschaftlichen Studien gelernt, wir müssen versuchen, von unserem Denkmachzustand, das nennt der Thomas Campbell Doing and Thinking Level, hochzukommen in ein Being Level, also in ein Seinszustand. Das geht durch Meditation, das geht aber auch im Wald und wenn Sie wandern und unter der Dusche. Das heißt, wir entfernen uns außerhalb des Denkraums und dann müssen wir eine Frage stellen, sagt Campbell, im Gegensatz zu anderen, die da meditieren. Die sagen ja, absichtslos mache ich das. Sie stellen Fragen, nachdem die Problemstruktur Ihrer Forschung, sage ich mal, da ist und Sie suchen nach Lösungen. Und Sie stellen dann die Frage, was gibt es für Lösungswege? Und dann, das ist die Theorie von Campbell, wir haben das alles ausprobiert, es funktioniert hervorragend, bekommen Sie als Videofilm, wie Videofilme, Informationen zur Lösung des Problems. Also es gibt ganz moderne Methoden, um zu mehr Ideen zu kommen, sie zu Inspirationen zu machen und Intuitionen werden zu lassen, dass neue Ideen dann auch auftreten. Und das sind ganz starke Impulse, die ich Ihnen immer weitergeben möchte. Ich habe das das erste Mal gemacht, Herr Koch, beim Wirtschaftswissenschaftsforum in Bremen, glaube ich. Da hat mir auch noch keiner geglaubt, vielleicht glauben Sie mir jetzt so ein bisschen, aber ich wiederhole das immer wieder, das ist eben auch das Recht und die Freiheit eines Elder Statesmen. Im Schlips können Sie mich erkennen hier. Dass ich immer wieder sage, Impulse für ein erweitertes Bewusstsein, es kommt viel mehr aus diesem Informationsflow. Und die Spirituellen sagen, was ist denn die Grundlage von allem? Die sagen Bewusstsein. Campbell sagt, Information ist die Basis von allem. Die fließt und wird Materie aus dem Feld. Also, es wird jetzt natürlich noch viel mehr Ideen bei Ihnen geben nach meinem Vortrag. Obwohl ich von C.G. Jung gelernt habe, dass es nicht gelingt, durch eine Rede ein Individuum zu einem veränderten Verhalten zu führen, sondern es ist so gefestigt durch seine kognitive Ratio und Erfahrung, dass es einer immer so weitermacht wie bisher. Aber wenn Sie immer so weitermachen wie bisher, ist das ja auch ganz gut. Das hat ja zum Mayer-Garlo-Preis geführt. Aber wenn Sie vielleicht so versuchen, ein paar Impulse von mir aufzunehmen, dann schließen Sie einen Heisenberg-Anwender, Bestpreisträger. Ist das nicht wunderbar? Das wollte ich Ihnen eigentlich mal so mitgeben. Also, auch nicht vorher überlegt, ich wollte dann doch nochmal was über Nachhaltigkeit sagen, weil Sie mir das Stichwort gegeben haben, Herr Schneider. Sie haben gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass eine nachhaltige Lebensweise Mehrheiten findet. Das heißt, das ist eine Aussage, die mir sehr, sehr gut gefällt, weil es auch mein Credo ist, Sie verbinden Nachhaltigkeit mit Leben. Das führt mich zurück zu meinem Lehrer Hans-Peter Dürr, der mir die folgende wahre Begebenheit zum Thema Nachhaltigkeit immer wieder erzählt hat und die wirklich wahr ist. 1990, Wiedervereinigung, trafen sich ostdeutsche und westdeutsche Wissenschaftler im Auerbachskeller. Ausgerechnet da. Und haben Themen besprochen, Fragen der ostdeutschen und westdeutschen Wissenschaft. Und irgendwann kam die Frage auf, wie nennen wir denn in Deutsch Sustainability. Also in meinen Amtszeiten der 80er und 90er Jahre sprachen wir nur von Sustainability. Nicht von Nachhaltigkeit. Und dann hat der Forstwirtschaftsprofessor der Runde im Auerbachskeller gesagt, nennt das doch wie Karl von Karlowitz, Nachhaltigkeit. Und da sagt der Dürr, wie meinst du das? Er sagt, ja klar, wir hauen einen Baum ab und pflanzen einen Neuen. Ja, wenn er wieder groß ist, haben wir den Status Quo wieder hergestellt. Und da sagt der Dürr, das kann es doch nicht sein. Nachhaltigkeit oder das Ziel ist, nur den Status Quo wieder herzustellen. Das kann doch nicht das Ziel sein. Sondern ihr müsst doch den Ever-Acting-Prozess fördern. Ihr müsst in die Zukunft denken. Ihr müsst das Leben lebendiger werden lassen. Das heißt, wenn wir als Menschen schon eingreifen in die Natur, haben wir die Verpflichtung, weil wir das können, nicht den Status Quo zu behalten. Und wenn wir eingreifen und Schaden anrichten, den Status Quo wieder herzustellen, das ist doch erbärmlich. Wir müssen nach vorne denken und das Leben lebendiger werden lassen. Nachhaltige Lebensweise. Also es geht um Leben, Leben lebendiger werden. Und Leben ist dieser Ever-Acting-Prozess. Und darum geht es. Er konnte sich nicht durchsetzen, war frustriert. Und dann wurde der Brief Nachhaltigkeit verortet. Und seit der Zeit heißt das im deutschen Sprachraum Nachhaltigkeit. Und wenn ich mir Geschäftsberichte angucke zum Thema Nachhaltigkeit, stelle ich schon fest, dass bei vielen Unternehmen, dass einfach immer nur wieder die Herstellung vom Status Quo ist, leider. Also die Definition von Nachhaltigkeit von Hans-Peter Dürr gefällt mir wesentlich besser. Das Lebende lebendiger werden lassen. Und bevor er gestorben ist, hat er mir auch gesagt, du trägst das in die Welt. Mache ich jetzt. Das ist eine so wunderbare Definition. Und dass ich das hier wiederfinde mit einer nachhaltigen Lebensweise, wo Sie Mehrheiten finden wollen. Sie haben ja auch Prozente genannt. Einfach die Leute mit ihren Produkten in ihre Erfahrung führen, ohne Denken. Dann wären es mehr. Das ist das, was ich diesem Hause wünsche. Dass Sie die nachhaltige Lebensweise fördern. Dass Lebende lebendiger werden lassen, auch für die nachfolgenden Generationen. Dass Sie weitere Ideen bekommen als Preisträger. Das wünsche ich mir ganz besonders. Und ich danke, Herr Schneider, Ihnen, dass wir hier zu Gast sein dürfen. Ich danke Ihrem Hause. Ich danke der Organisation. Ich danke dem wissenschaftlichen Beirat meiner Stiftung für die sehr gute Zusammenarbeit und die Diskussion. Wer wird es denn dann? Ich sage immer, es war ganz knapp. Es ist immer ganz knapp. Es sind großartige Vorschläge. Die Frist ist jetzt ja auch schon wieder abgelaufen. Ich weiß schon, wer alles vorgeschlagen wird. Und wenn Sie die Liste der Preisträgerinnen und Preisträger sich anschauen. Ja, die erste war Susanne Röhrig. Bayer Healthcare in Wuppertal. Hat geforscht, obwohl der Vorstand nichts davon hielt. Oral einnehmbarer Thrombose-Hemmer. Xarelto. Drei Milliarden, vier Milliarden Umsatz Blockbuster. Erste Preisträgerin. War ganz toll. Und ich hatte dann gedacht, ja, es wäre eine schöne Frau und auch aus dem Ruhrgebiet ein Arbeiterkind. Und Nordrhein-Westfalen, da könnte die Hannelore Kraft doch vielleicht mal Laudatio halten. Das habe ich nicht geschafft. Aber der Wirtschaftsminister war da. Und da ging das so weiter. Herr Greindl war, Sie kennen die alle. Ich freue mich, dass wir heute diese Veranstaltung bei Ihnen durchführen können. Ich danke der GDCH, Herr Schreiner, Herr Koch, dass unter dem Umbrella der GDCH meine Stiftung gedeiht. Frau Herr auch. Herzlichen Dank, dass Sie diese Stiftung betreuen. Das ist Ihre erste Veranstaltung. Sie sind ja nach Frau Köhler die Nachfolgerin, um diese Stiftung zu betreuen. Ist das nicht wunderbar? Für Herrn Schreiner war es auch die erste. Es sind Highlights. Und ich hoffe natürlich für uns alle, dass das ganze Corona-Thema sich bald so relativiert, dass wir wieder zusammenkommen können. Denn das, was ich gelernt habe, ich bin auch Marketingmann, wie Sie merken. Ich war mal Chemiker, ich bin ja Marketingmann. Für das Gedeihen, um das Leben lebendiger werden zu lassen, brauchen wir Nähe und keine virtuellen Veranstaltungen. Wir sind Lebewesen. Wir müssen, wie Martin Buber sagt, uns immer auch im Du erfahren. Das geht ja nicht virtuell. Und ich hoffe, dass dieser Zustand bald wieder da ist. Und dass die Wissenschaft Beiträge dazu leistet, dass diese Problematik gelöst werden kann. Ich bin sehr zuversichtlich da. Zurzeit finden wir eine eingeschüchterte Öffentlichkeit. Und wenn ich durch den Wald gehe, schreit mir schon irgendeiner ein Abstand oder Maske oder was auch immer. Also es ist jetzt fast noch kaum zu ertragen. Und ich hoffe, dass wir dann bei der GZCH wieder die Veranstaltung machen können. Und Herr Schreiner, Sie sind ein Präsident, dann mit Vakuum. Ich habe das Gleiche erfahren. Ich bin ja Präsident der Humboldt-Gesellschaft. Wir hatten ein tolles erstes Jahr 2019, weil Alexander von Humboldt 250 Jahre geworden ist. Es hat viel Spaß gemacht. Wir haben sehr viel gewonnen für Alexander von Humboldt. Und dann war Schluss. Zwei Jahre Amtszeit, nix. Und ich habe mir immer überlegt, was schreibe ich den Mitgliedern? Die wollten von mir ja was hören. Dann habe ich denen also so geschrieben, was ich so zurzeit lese. Also Beispiel John Gebser, Einbruch der Zeit. Nehmen Sie sich das Buch zur Hand. Einbruch der Zeit. Wie erfährt man einen Einbruch der Zeit? Steht ein Satz drin, das ist ganz wunderbar. Durch achtsames Verweilen. Achtsames Verweilen. Jetzt bin ich wieder bei der Intuition, der Inspiration. Achtsames Verweilen ist die Voraussetzung für die neuen Ideen. Und Ernst Jünger schreibt zu solchen Krisen, das kann man auf diese Krise, die Corona-Krise auch anwenden. Es ist immer auch bei allem Schrecklichen eine Initiationswehe. Wehen zu einer Initiation. Wehen zu einer Öffnung nach innen. Und das ist das, was ich Ihnen allen wünsche und auch allen denen, die zuschauen und zuhören. Und dass diese Krise nicht nur das Schreckliche und das ganze Leid hat, sondern dass viele auch die Erfahrung gemacht haben, wenn sie sich nach innen wenden, öffnet sich sehr viel. Auch, dass man das alles übersteht, was zurzeit abläuft. Ja, das wollte ich Ihnen auch noch mitgeben. Ich danke Ihnen sehr und freue mich, dass wir jetzt gleich noch ein bisschen zusammen sein können. Herzlichen Dank. Applaus